Ja, ein paar bewegliche Bilder wollte ich ja noch mal zeigen mit dem Ball hier, weil ich sehr weit weg bin, so ein bisschen über den Zaun weg. Ich könnte mal gucken hier. Ganz unten geht das ja sowieso nicht. So ist es. Ja, gut. Sie müssen jetzt auch nicht was tun. Drei Tore da, oder vielleicht vier Tore. Wie immer hier, das spielt ja auch kurz was. Und jetzt könnt ihr besser was gucken hier mit dem Ball. Alles klar, also ich will hier gleich weg. Regnen tut das auch. Aber ein paar Bilder sind dann. Alles klar. Ja, 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 sie sieht jetzt wie schon weg. Alles klar, tschüssi.